Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 6. Januar, hochfeste Erscheinung des Herrn, Heilige Drei Könige, das zweite und das letzte Mal vor dem Christbaum mit den brennenden Kerzen, den echten Kerzen, auf die ich jeden Tag, wo der Baum immer trockener wird, mit etwas größerer Sorge gucke. Den Zimmerbrand mag ich überhaupt nicht, aber so kleine dezentrale Lichtquellen, Kerzen überall und Schreibtischlampen und sowas, das liebe ich. Also wenn nicht das Ganze flächig ausgeleuchtet ist, sondern nur so kleine Lichtinseln in der Dämmerung. Ja, teile ich mit vielen, glaube ich, diese Vorliebe. Interessant aber, dass die Lesung aus dem Prophetenbuch Jesaja in eine andere Richtung führt. Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen ringsum und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten, denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von Kamelen bedeckt dich. Hengste aus Midian und Eva, aus Saba kommen sie alle. Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Das ist Jesaja im 60. Kapitel, der sogenannte Trito Jesaja, also dritte Schicht Prophetie in diesem Buch. Das ist aus der Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil. Also das Volk ist wieder zu Hause und baut den Tempel wieder auf und macht die eigenen Lichter wieder an und merkt aber so im Lauf der Zeit, dass sie noch nicht einmal an die vergangene Herrlichkeit des Tempels Salomo heranreichen oder an die größte Ausdehnung des Reiches in der Zeit Davids und so weiter. Es ist alles ein bisschen magerer und wird auch nicht mehr richtig. Und deswegen muss sich das Volk in so einen Erziehungsprozess hineinnehmen lassen. Es ist nicht unser Licht, das der Welt leuchtet, sondern es ist ein Licht, das Gott uns anmachen muss. Nicht Licht von unten, wie ich es beschrieben habe hier, mit so kleinen Christbaumkerzchen und Schreibtischlämpchen, die man nur aus der Nähe sieht, nur die Leute, die dazugehören und in die Wohnung rein dürfen, sondern das Licht, das Gott aufgehen lässt, das ist das Licht der Sterne. Also ein Stern, der ganz oben am Firmament leuchtet und ich will nicht sagen demokratisch zugänglich, aber jedenfalls nicht exklusiv nur für ein Volk, sondern der wird von weit her und von allen gesehen. Und deshalb weitet sich auch die Hoffnung Israels und muss sich weiten. Es sind nicht nur die eigenen Söhne und Töchter, sondern von der ganzen Welt kommen Menschen und erkennen im Licht Gottes die Herrlichkeit des Herrn und rühmen die Herrlichkeit Gottes. Und das sind die heiligen drei Könige, die Sterndeuter und Magier aus dem Morgenland, die die ganze Welt in den Stall von Bethlehem bringen. Und damit Hoffnungszeichen auch für uns und für heute. Wir dürfen auch unser Licht nicht zu klein und zu niedrig machen, nicht werden lassen, sondern wir müssen es Gott erlauben, dass er sein Licht anmacht und hell macht über der ganzen Erde als Trost für alle Menschen. Diese ganze Welt und Sie, besonders die Sie jetzt zuschauen, segne und behüte der Herr.